willkommen hier zurück zum minecraft schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ich freue mich wir machen weiter ich bin so richtig herzlich gedacht dass ich nach zwei jahren noch mal minecraft spielen so ist das so ist ja auch schön ich habe jetzt wieder jetzt bin ich wieder so ein bisschen im rausch hier und habe ein bisschen was zu tun ich habe so viel vor desto mehr maincraft spielen rumlaufe und gucken und dann ja desto mehr ideen habe ich und da bauen und hier bauen und ja doch aber eins nach dem anderen wir brauchen eisen 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 dunkeln ist munkeln oder wie so ich bin immer noch in der vor produktion erwähne ich gerne mal wir haben nämlich heute ich kann auch das datum sagen wir heute den 20 juni damit ist ja dann okay und jetzt aufs datum genau ja genau jetzt ihr wisst ihr genauso wann ich vor produziert habe ist glaube ich die dritte folge aber mehr werde ich wohl heute nicht vor produzieren drei folgen so vor produktion mein ja auch minecraft doch was geht also denn ich wundern wenn ihr mal in den letzten folgen kommentare oder ein kommentar geschrieben habt und ich dann halt in den darauf folgenden folgen noch nicht darauf eingegangen ist dann halt ja nicht möglich durch der durch der vor produktion und dann machen wir uns etagenweise so die ecken fertig so weiß ich noch nicht muss ich gleich hoch na das wird schon so dunkel macht ein bisschen licht wird ja relativ schnell dunkel guck mal wir sind schon sehr die ist das nicht ich will nichts verkehrtes sagen wie heißt denn das sagt mir mal liebe leutchen wie heißt denn das hier noch mal ich komme gerade nicht drauf schrittige so die letzte steinspitze mein kraft geht immer ab jung ab alt man muss halt mögen das ist das einzige genauso mit den anderen spielen nicht jeder mag ja was soll ich sagen wie nennt sich die was sagt man dazu triple a titel eher so ja bin ich auch schon zwölf man weiß es doch so alt ja ist dunkel ich weiß so ich denke ja mit guck mal hier schön brauchen wir aber nicht was soll man das jetzt sagen was soll man das sagen ist eine höhle in der nähe oder okay war schon ein bisschen ja seltsam oder sind wir gleich am bett rock wir sind schon sehr tief glaube ich das brauche ich auch hier so wenn gleich so ein schwarzartiger boden kommt dann 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 weiß ich bescheid aber ist egal wo die fackel wird später alles vernünftig angeglichen oder ist da einfach nur eine höhle in der nähe wo eventuell eine höhle in der nähe mache ich mal zwei fackeln sonst orientieren dann weiß ich das halt wieder ja haben das skelett gehört neue rezepte was waren das graniten die anderen das brauchen wir glaube ich bräuchten wir das oder dio ich weiß dunkel so ist gleich kaputt wir müssen sowieso gleich hoch geht doch noch weiter runter gleich wieder hochlaufen können wir jetzt schneiden mache ich aber nicht müssten eigentlich noch mal die decke einmal die decke wenn ich sie mal runter gehen noch mal die decke und den stufen stufenkulaffen dass ich beim nächsten mal nicht noch mal dasselbe machen muss hier und wieder oben anzukommen ist ja nicht so weit ach nee wir nehmen einfach noch mal was irgendwie es regnet so schön wie es regnet so ist wieder eine spinne ich muss ach ja dabei aber selber kein holz kein holz kein holz ich habe mich noch ein paar ich habe die ganze zeit genau die drei sachen hier die ist kann ich die edel weil ich konnte nicht die wollte ich schon längst entsorgt habe auch nicht dran gedacht ich habe das huhn gehört es kommt wohl immer näher ich habe kein holz mehr gar nichts nur ein ein einholz stück 1 1 1 1 dass dieses da nichts mehr gar nichts ich guck lieber normal ist nichts gar nichts ihr wisst was ich vergessen habe doch guck mal hier zack und zack ach so ich habe ja genug im inventar ich kann da noch ein bisschen naja ich will ja sowieso damit bauen ne von daher so dann werden wir jetzt mal das eingleichen hier zack ja ja kann ich nicht aber könnte ich auch das länge mausrad so vielleicht später doch mal gucken dass ich das kann ja die zweite hand benutzen das drauflegen ok ich nehme das mit ok ich nehme das mit ok ich nehme das mit muss ich jetzt eh gleich rein jumpen ok ich sehe ok ich sehe nicht viel essen da ok ich sehe nicht mehr es ist aber jetzt blöd weil muss ich das zu machen und spawn da drin vielleicht ein tierchen und ich denke dann wenn ich dann was höre das ist denn eine höhle oder so okay und hier kann man hier ja nicht eher monster und genau in diesem spalt creeper zombie keine ahnung was natürlich soll ich das erste ganze zeit machen das ist langweilig ne ich mache was andere ist in ordnung das mache ich dann mal offline sozusagen fliedermaus 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 lava ist schon mal nicht schlecht toll ich muss gleich höher es wird leiser was schledermaus angeht eisen leute wir haben es aber lange gedauert ich glaube ich muss in diese richtung aber wir sind ja wegen eisen hier ne zwei fackeln sagt ich alle nicht ja wedermaus jetzt schon da ist müsste ich das war da oben jetzt ist der boom ne 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 wer sieht das da denn da Wassereinbruch Was ist da jetzt vorne? Das wäre ja richtig geil. Da kommt das ganze Wasser her. Wow, nicht gut. So, erstmal die Kohle. Kann hier jetzt was reinkommen? Wow, die Geräusche, die kenne ich gar nicht. Das ist ja mal richtig geil. Diese Höhengeräusche gab es früher nicht. Früher. Nur vor 2.000 Jahren. Das ist doch Lava, oder? Was ist das? Was ist das? Leute, was ist das? Ich habe gerade gedacht, das ist Lava. Liest aber nicht. Kann man abbauen anscheinend. Ist das ein neuer Block, den ich noch gar nicht kenne? Was ist das? Wir werden uns hier gleich... Die Folge ist nämlich gleich wieder rum. Es geht wieder so schnell. Liegt das Eis ein bisschen frei? Dieses Geräusch kenne ich noch. Ist da auch noch Eis? Ich habe gerade so so ein Plopp. Das Geräusch gehört. Sehr schön, jetzt haben wir ein bisschen Eisen, würde ich sagen. So, was ich noch ein Thumbnail sozusagen mitnehmen kann, bevor ich es abbaue. Ah, ja. Und kurz an der Nase kratzen. Du baust den mal ab und dann... Eimer, ne? Eimer, obwohl wir haben ja jetzt ein... Rüstung ist ja auch nicht unwichtig. Eisen, 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 Eisen. Sehr schön mit dem Eisen. Ich sehe sogar sehr viel Eisen. Das ist jetzt acht Mal. Ich sehe es gar nicht. Da ist es. Sieht ganz anders aus. Oh, zwei Jahre. Neun sogar. Neun Mal. Das haben wir freigelegt. Hier haben wir zwei Fackeln. Das ist gut. Oben war ja auch noch was. Es gibt so viel zu entdecken. Es ist so schön. Entdecken, zu erkunden. Leute, wie heißt das denn? Hier war doch noch eine andere Höhle in der Nähe. Ich brauche auf jeden Fall Holz, weil ich brauche eine größere Kiste. Ich muss mal eben alles holen. So, geht das dann alleine weg oder so? Ne, muss ich hier ein bisschen, sonst bleibt das glaube ich. Weil das verbunden ist. Mit einem anderen Baum. Jetzt geht das weg, oder? Ich glaube, es geht weg. Soll das mich ja blöd aussehen. Was sagt denn die Nahrung? Das dauert noch ein bisschen. Okay, ich werde ein bisschen das mit der Kiste sortieren. Und ja, mache ich denn, ich vergesse das. Ich wollte ja eigentlich denn runter. Und dann muss ich mich da ordnen, dass ich das wieder weiß, dass wir da nochmal gucken. Dass wir da unten weitermachen. Mal gucken, vielleicht machen wir es noch zusammen. Vielleicht mache ich das später oder wir machen das in der nächsten Folge zusammen. Und ich muss mir auch krümpel, krümpel. Jo, das war's mit dieser Folge. Danke wieder fürs Einschauen. Und dann ja, erstmal genug vorproduziert. Drei Folgen habe ich jetzt vorproduziert. Wie gesagt, heute ist der 20. Juni. Und wisst ihr Bescheid. Jetzt geht es erstmal los an Rendern. Und ja. Ich sage mal, bis zur nächsten Minecraft-Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Sitgescle.